So den ganzen Kram räume ich jetzt rein, wenn dessen öffne ich schon mal die Kasse und dann können die Leute auch schon mal hier Gas geben, Attacke. Ich hoffe sie stellen sie nicht an meine Kasse an, ich habe keine Zeit. Mist ich hab noch den, also den Bierfester vergessen und den Wodka. Eben war es doch noch da. Also bitte. Ich mal das eben schon leer. Hab ich bestimmt nicht übersehen. Gibt es gerne oben hin. Mal Milch. Na da. Na los meine Mitarbeiter. Auf. Tut was ihr könnt. Ihr seid dran. Liebe Kunden geht mir aus dem Weg. Ich bin beschäftigt. Ganz hart. Gibt es zu tun? Macaroni. Die Chips. Der Humus. Ich weiß gar nicht ob ich Humus mag, wenn ich mal gegessen habe. Ich bin mir sehr unsicher. Oh dieses Geräusch vom Piepen. Ich habe es schon so lange nicht mehr gehört. Ich habe mir auch keinerlei Videos dazu mehr angeguckt, aber weil ich mich von der Ware her nicht spoilern wollte. Auch voll blöd eigentlich, oder? Hier Hühnerbeider. Ich meine sich hier nicht zu spoilern. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlimm wäre. So. Mein Kunde war an der Kasse, der muss erwarten. Ich habe zu tun. Ich werde später wiederkommen. Wird schon gehen. Ein theoretisch kann ich den ganzen Tag nur noch hier rumlaufen und die Regale befüllen. Derzeit. Mich traut es ja schon davor, dass es nachher wieder dunkel wird. Weil ich dann gucken muss, dass ich mit diesem Licht Stuttering würde ich mal sagen. Also Light Stuttering, wenn ich die dann mache und das ruck geht auch so ein bisschen. Damit ich wieder klarkomme. Ich guck mal kurz hier. Warum nicht mehr so viele Leute? So. Ich guck mal kurz. Dann los, boys. So. Von ab 19,99. Dankeschön. Ja, doch. So und ich bin, dass ich an der Kasse stehe. Sehr gut. Ja, 134, 161. Dankeschön. Ja, das war schön. Die Body, ne? Du, älte Attacke. Wenn man rennen in die Horde rübe. 95, 2, 9, Attacke. Danke. Du hast jetzt nicht gelohnt. Also wegnehmen können. Und tschüss. So. 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 ja muss man auch erst das ist ja ganz normal aber an sich wenn die kraft schon wirklich sehr cool noch mit dem update was es kam da gucken wir auch morgen hier rein was noch kommen soll wenn er mit dem quasi vom content her so gut wie durch und ja sehr sehr weit am ende dafür komme ich hierher dafür komme ich hierher dafür komme ich hierher kann doch schon fast licht auslaufen eigentlich in dem enden laden 21 war aber uns ist okay weil ich das licht angemacht habe wie bisher nicht ich hasse das immer das gleiche und ich weiß nicht wie ich das ändern soll so bierfässer wort auf jeden fall wenn sie gott das die nennt sich das in ihr aber ich habe wirklich mit v geschrieben wow hat mich einfach ist okay einfach haten wie das ausfälle an die händchen sorry dieser rocker wieder ist geschlossen ich ich drehe anzeige erst nicht euer ernst hier sind jetzt zucker gelandet ich habe schon gesehen ja ja ok ja genau 98 kommen sie alle her zu mir gar kein thema ich habe hier ganz viel platz hier ganz recht 22 ja also zu mir kommen wir kein thema die musik redet schon mal rein ich bin der schnellste kassierer auch jetzt geht die performance weil ich die ganzen kunden da sind sehr interessant rot-orange das sushi und parmesan rot-orange das sushi und parmesan rot-orange das hier auf Boah. Oh, wrong, Junzel. Ja. Du-schi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Now the movie ain't workin' at all. It's all lost like all of my attempts to find hot. I need that to stop. I can't be there no more. No convenience. I'm weaning myself off. I need to be self-loved. You've seen a retell us that peace and contempt, ma. It's found when your head turns. Boy, settle down. You better settle down. Okay. Parmesan. 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 Warum sind die auch noch drin? Ist die Parmesan? Ja. Oh. Da geht was drauf, geil. Da kann man dann 30, komm. So. Da müssen wir mal gucken, was wir nachfüllen müssen. Schön eins am anderen. So wie Emma, ne? Komm, auch Klopapikor auch nachfüllen. Wenig, wenn ich. Zack. Ganz wichtig, das Bier. Das ist der Logo. Den Mocker kann man sich sparen und mach ich nur für euch. Ich selber trinke keinen. Und das for real nicht, ich mag, ich mag sowas gar nicht. Äh. Also sowas, ich mag, also ich mag keinen Bock, aber lass mal so. Ich hab schon wieder vergessen Cola zu kaufen heute. Mist. Ach so, Pfeffer sind also die kleinen. Dann passt er, glaube ich, neunstück hin, zwölf Stück hin. Also die könnte man halt super auf Vorrat kaufen, wenn man wollen würde. Äh, Bruderzucker. Können wir auch mehr kaufen. Gut zu wissen. So, fehlt einfach alles. Geht einfach alles. Gibt das Fleischmittel. Ja. Das sind die beiden Sushi-Saugen, ne? Ach, zwei davon. Zwei davon. Alle drei Mehl-Sorten, auch jeweils, auch jeweils, zweimal, dreimal. Mach mit zwei, mal. Mehl. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und da, 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 da. Da, 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 da. Dann haben wir alles. hier jetzt andere kuchen ketchup sehr gut machen wir auch und der rest scheint dann erstmal da zu sein das ist mir so stehen sollen sie machen auffüllen und währenddessen bringe ich mal das zeug hier ein das ist da rein theoretisch müssten wir auch warten dass wir fertig sind aber wenn ich sehe dass alles voll ist dann einfach 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 anfangen und gas geben bisschen von dem orangenmehl mehr kuchen immer sind so diese bewegung wie man braucht in mir das lager zu gehen wieder drin aber keine pokébälle war es nein das war das falsche nein ich brauchte curry sauce das war die scharfe so ja man kann sich dafür tun mit dunkelrot und rot waren die lichtverhältnisse das ist ok laut mehl ja ist das schon cool dass sich jetzt wie alles wird dann so langsam das fliegt halt ganz laut nach deutschland irgendwo in die ganze karton ob es warum nicht eigentlich wenn man das regal dann ist derzeit sowieso nicht benutzen mal einpacken dahin stellen dann wird es nicht brauchen einfach noch mal so wie so jetzt der grüne rein die kapitel er wir brauchen noch eine reine oder zwei ich glaube ich kann das noch mal zwei ob wir auch noch eine reibe also sie war genug da man das ist alles da soweit da ist noch chips und warum da oben jetzt viel und jetzt noch zur seite was ist das hier einmal die maleren wasserflaschen mit dem dunklen deckel und cola ne das ist das hier die doko ok da haben wir noch da fehlt einmal wasser da fehlt noch dieses grüne bier und die sechsefrige bier auch hier war dran wasser das heißt die hier fehlen da fehlt das bier und das bier ja und dafür nudeln nudeln einfach immer zwei und ich glaube man kann nichts halt machen aber ein bisschen zu viel zwischendurch aber mit dann da wenn man erstmal zur seite stellt passt schon gut aus dann brauche ich nicht einkaufen dann habe ich auch mal so reserven da das lager ist zu klein für mich auch das bier was ist das für ein bier? das bier trinkst du vertrocknest erz zu und wie denn dann hier durst das bier trinkst du vertrocknest erz zu vertrocknest erz zu vertrocknest erz zu vertrocknest erz zu werden 1 1 2 2 2 und und 6 so dies haben wir alles da das ist auch da das fehlt schwer kartoffelsenk ey das ist schon leicht frustrierende also dass die jedes mal fehlen das ist echt frustrierend so wie schnell die auch aufgebraucht sind ich müsste mir so viele davon lagern dass er schon nicht mehr gesund ist am besten gleich zu teen packen und Kartoffeln und dann einfach hier übereinander stapeln das wäre das gesündeste von einem so hier hey yo daddy was geht es ist hier auch wie Käse glaube ich ne ich glaub das ist Käse ja neuner pack heißt das so groß wie das da ne dann passen ja 6 ins Regal theoretisch ja wir haben mehrere aufeinander nehmen das ist ja auch ganz geil mit mit integrations mod dafür was gibt es was bringt die mit ich nachher im 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 in im in das ist cool wenn dann zuschauer den laden kommen gerade irgendwoher hier kommen alle andere kaffee das verkehrt ist ja nicht der reiniger nur noch ein da muss ich mal gucken dass wir auch immer mal gar nicht so verkehrt und auch keiner rein ich hoffe ich überhaupt ja tue ich ja noch einmal mehl einmal rot einmal orange jeden fall aber ich nehme mir noch reste das bringt auch nicht viel hier einmal cookie dinger wir hätten hier ein konflikt mühsli mühsli die crispy chibi ganz genau dann die anderen chips können wir holen theoretisch die da von dem kuchen habe ich noch genug einmal das andere wasser auf jeden fall einmal toco cola das wasser ok laden er hätte ich den ganzen kram reinholen nämlich nicht gekauft also davon hast du echt wieder der rest sollte dann schon noch irgendwie halten glaube ich ich hoffe es einfach mal jetzt alles sachen die schon da sind und bei den kunden kommt meine kunden wenn man keine ahnung sind ja mal schauen dass die kinder ja an sich nicht verkehrt ich bin nur vorsicht bei drittanbietern und wenn da noch um die kritische integration quasi geht weiß nicht was der für daten raus sind was der für daten ließ und so wie fern man sich da autorisieren muss man weiß ja nicht so zack und rein der lade ist open wenn wir jetzt gerade auch so zu bezahlen warum gehen wir nicht hier rein ist das eng hier sein dass es denn hier dann dränge ich habe das gefühl ich brauche einen größeren lassen ich kann da nichts zwischen das finde ich nicht gut aber es geht ich meine es funktioniert ja wir gehen jetzt einfach raus ohne einzig oder ohne zu zahlen ja meine kasse wenn auch keiner jetzt bin ich ja gerade nicht beschäftigt als wenn das klopapier hätte vielleicht von jedem an jeder sache hier draußen stapeln wenn das so weiter geht aber an sich muss das reichen wenn ich wenn ich einmal auffälle dass sie dann genug zeug da haben er konnte sie ganzen tag nur am aufwärmen werden erst mal ganz ernst also ganz aufwärmen wäre wirklich auffüllen und dann der rest des tages an der kasse sitzen oder halt einräumen oder so keine ahnung wäre es jetzt sowieso wir sind da eher das einräumen einräumen und kasse und dann passt bestellen aufmachen einräumen punkt ach komm sei bei der herrzeit gar kein thema und zu rechnen sechsel geld wie auch noch geld von mir wir müssen auch ein bisschen leben leute wir können nicht immer nur geben 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 das lohnt sich hier nehme ich an und als dieben den achten eben 0 sehr gut das finde ich gut ich könnte auch bei mir anstellen ich habe hier platz auch wenn der kassiker auf der kasse tanzt er müsste ja schon sehen wie lange ich ihn muss jetzt auch nichts lager aber es kann das neues treatment hinzu welches besagt sollte man soll alle alle erweiterung kaufen ich bin mal sehr gespannt haben wir das erreichen weil es gibt ja glaube ich bis level 100 zurück verwaltung wachstum ja ab level 99 kristen der dapfel also ich hoffe da kommt noch ein bisschen was wenn nicht ganz cool aber ich nochmal legt dann ging immer gespannt machen gerade auch nicht so viel plus sehe ich aber es nur viele kunden da also haben ich habe noch auf genau kommen sie zu mir alles schon ineinander warten geduld hätte ich gar nicht wenn ich wieder das kassen offen dann kommt die kleine einkaufen hier zu mir 18 ist das was jetzt sie nach kommen sie doch ja ich muss wieder ja einkaufen daher wieder auch nicht hier die wertvollen punkte die mir dabei verloren gehen ich möchte doch alle meine kunden zufrieden stellen sechs oder ja machen wir 1 111 91 ja schön zweifel ist der bier so wie das sehen 5 die die leute noch nicht in der lampe hier ist das liegt oben da hinten alle anstehen der kann mir so nicht aufgefüllt werden auch hier das soll nicht aufgefüllt werden muss aufpassen okay also keine tees mehr kaufen und kein kuchen ein den kuchen muss hier dringend mehr ordnung machen genauso wenig das stark ding kaufen und auch nicht mehr hier die jakob er bin auf dem weg okay doch ein bisschen plus machen bis zum plus bei nexus gibt es da welche von box vorne alien brand und mit label das ist ganz man könnte ja echt mal mods müssen hinzufügen oder also das wäre glaube ich nicht verkehrt nichts neues hinzufügen aber weiß nicht ich glaube ich gucke hier viele mods dafür sehe ich gerade hier geht es auch weniger darum dass man neue sachen hinzufügen sondern eher das was jetzt gerade da ist verbessert halt um derzeit noch fehlende sachen ich weiß noch nicht wie der ist wenn das kaputt macht das nicht weiter wenn ich jetzt aus dem spiel ich möchte auch ungern meinen spiel schon kaputt machen müsste ich halt erst speichern dann und ich hätte auch gerne erstmal so durch gespielt bevor ich ein mod spiele ich lasse es erstmal so normal was was er hat sich beschwert er wird schon gar nicht wir haben schon 48 level durchgezogen ja quatsch ist das zum borden glaube ich ich würde gerne nicht machen aber der geschwindigkeit wird hat nichts was konnte jambo reiniger ja dann sorry ich darf nicht mehr einkaufen ich werde aber keine ahnung haben was hier abgeht doch nicht gefunden fand ich gut teuer ja ist okay dann kommt ja doch die kummer geht läuft lachs und schokoladeneis nordic aber lachs und schokoladeneis lachs und schokoladeneis eis wir haben eis ach tatsächlich stimmt ja das maxi gorn 450 ja dann für die mann rüber nach ich werde das mal bestellen dann gucken weil er erst noch ehrlich hin lassen ach ja mal keiner gar kein sound natürlich stimmt ja dabei wird so wir brauchen jegliche reiniger auf jeden fall mal hier jetzt wieder auch noch keiner auch leute ich hab doch noch zu viel alles das gleiche ne doch politen papier anlass pass auf toilettpapier fünf davon fünf davon kaufen das sieht hier gleich aus ist mir aber egal dann der reiniger noch zweimal das weiß ist durch das was gleich mittel zweimal der reiniger auch noch zweimal drei mal wird gar nicht mehr hier ist der boom und reiniger kaufen jetzt haben wir alles ähnchen aufnehmen auf vier mal weil die gene hat so schnell weg die halt in massen gekauft werden für fünf mal dann noch fünf kartoffeln wenn ihr was voll ist dann können wir es immer noch nachher erst mal heran stellen bis es brauchen dafür wird das ist glaube ich das an hier ist egal das ist das an die an was das hier lasagne einmal so was was andere das ist dieses schenken gebäck objana schon hier linken gebäck das alles noch da jetzt aber kein sushi doch euch denn da so schön da so ich habe ich das letzte mal übersehen so der sushi puder zucker einmal dreimal kaufen die brauner zucker kostet nur ein bisschen gar kein thema ich kaufe gerade gar nicht mehr die hand die zeug an die zeug dreimal so tag öl das gelbe das grüne ist gar nicht da machen wir einmal weniger dann kommt vielleicht noch das dazu hier wasser fehlt cola fehlt bei der säfte fehlen wasser cola bei der säfte und bierfässer wasser cola saft was nudeln fehlen hier ist immer das bereich oder heißt sind nudeln nudeln bei bei was kaufen hat auch gekauft paar stunden so was ist hier in der mitte hier ist genug da honig fehlt honig können wir sechs eier können wir auch ein paar ich glaube zwei passen mal rein oder vier warte mal zwei also honig achter paket eier honig sex ok es ist ja nicht mehr nachzukommen und sagen ja ist gar nicht da so tag aus zu ein ja dann es ist ja nicht mehr nachzukommen ja nicht mehr nachzukommen es ist ja nicht mehr nachzukommen